Miau! Äh, warte mal, äh, äh, ich bin doch gar keine Katze! Wow, 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 wow! W-w-warte mal, hä? Senti? Vitamine? Was hast denn du da für einen Hut auf? Miau, ich bin ab heute Maispflanzer! Äh, Maispflanzer und ich bin ab heute... Essenstampfer! Geh ab! Ey, das ist mein Essen! Oh, tut mir leid! Denn, Freunde, wir sind heute mal Hamster einen Tag lang und werden versuchen, als Hamster zu überleben! Oder das Leben mal kennenlernen! Und das ist eine Wippe! Irgendwie cool, oder? Oink, oink! Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr gerne auch mal ein Haustier wärt! Schreibt auf jeden Fall mal rein, welches Haustier am liebsten wärt! Also, ich wäre am liebsten eine Karotte? Und was wärst du für ein Haustier? Ich wäre am liebsten eine Ameise! Und warte mal, was höre ich da? Wow! Hey, hey! Auf dem Weg, ich muss zum Tieren! Warte mal, ich kann hier drinnen sitzen? Oh mein Gott! Äh, und warte, wer hat gesagt, Karotte ist kein Haustier? Ja, ich hab zu Hause eine angemalte Karotte mit Augen! Na klar ist das ein Haustier! Äh, und Sandy, was machst du da? Ja, ich hab alles in der Kontrolle! Gehen Sie weiter, gehen Sie nur weiter! Ich schaff das hier schon! Okay, und das hier ist unser Riesen-Stall, Freunde! Ich kann mal rauszoomen und, ja, ihr seht's, wir sind hier sozusagen, naja, nicht gefangen, aber das ist unser Stall, wo Sandy und ich die ganze Zeit drinnen leben! Hier haben wir zum Beispiel trinken! Sandy! Ja, du hast recht! Und hier können wir noch Emotes machen! Okay, aber ich würde sagen, wir, lasst uns mal schauen, Sandy, was wir hier alles machen können! Hä? Ich bin am Hamsterrad! Was? Das ist mein Hamsterrad! Nee, das ist meine! Let's go, Freunde, einfach am Hamsterrad! Wow! Rauchst du! Ja, 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 okay, dreh du dich mal gerne! Okay, 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 du bist einfach zu dick! Du bist ja ein dicker Hamster! Ja, okay, ich komm nicht rein! Und was haben wir hier noch? Äh, warte mal! Oh mein Gott, man kann einfach hier draußen langlaufen! Okay, aber Sandy, ich hab gesehen, unsere Bewohner, also unsere Menschen, die uns hier gefangen halten... Naja, was heißt gefangen halten? Das sind einfach unsere Hauseltern! Äh, Vitamine, ich hab ein Problem! Du bist eine Kugel und kommst nicht mehr weiter? Ich bin stecken geblieben! Oh, ich bin auch eine Kugel! Oh, bin notet! Oh, ja! Aber, Freunde, ich würde sagen, Sandy, komm! Wir werden auf jeden Fall mal versuchen, hier ein bisschen was zu entdecken! Ich komme, ich komme, ich komme! Ja, und... Hä? Alter, hier ist eine PC-Maus! Warte mal, können wir die gemeinsam umdrehen, Freunde? Ey, warte mal, Sandy, und... Oh, komm, wir müssen die Maus wieder... Oh, kostenlose Gaming-Maus! Ja, richtig hinstellen! Wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr gerne noch mehr mit Sandy sehen wollt! Denn ich glaube, es gibt sogar noch das zweite Spiel mit einer Katze! Aber nun werde ich erstmal mit Sandy hier ein bisschen rumschauen gehen, oder? Oh, yeah! Hey, guck mal, hier ist ein bisschen Strom, Alter! Lass mal das Kabel zerlagen! Ja, normalerweise mögen das doch Hamster und Mäuse und so, die tun doch gerne hier so rumbeißen! Aber ich glaube, Sandy, das wäre keine gute Idee, denn dann kriegen wir auf jeden Fall einen Elektroschock! Ich lade mich auf hier, tschüss! Nee, okay, solange du keine Robux auflädst, ist alles in Ordnung! Nee, nee, ich bin bei 80% gerade angekommen! Oh, ich bin aufgeladen! Okay, bist du ein Elektro-Hamster? Ich bin eine Kuh, was für Hamster! Achso, stimmt! Und hier ist der PC, okay, aber wir kommen leider so... Alter! Warte mal, was denn? Fresh Jordan! Oha! Warte mal, können wir wieder rein? Ich will mich drinnen verstecken, und... Nee, leider nicht! Findest du die? Yo, Alter! Bist du nicht so klein, oder? Naja, ist okay! Ey, so, kommen wir irgendwie auf den Schreibtisch? Ich will einmal da hoch! Warte mal! Was können wir mit dem Hamsterrad machen? Alter! Hä, warst du da noch nicht drinnen? Jo, das ist mit dieser Kugel, meine ich, mit dem Ball! Ah, ja, 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 warte, ich bin auf jeden Fall hier oben! Ähm, so, ich bin auf dem PC drauf und... Hä? Alter! Alter? Ich habe was eingesammelt! Jo, was geht ab oben? Was machst du hier? Yo, ich schreibe meine Bewerbung einmal ab! So, einmal hier! Hey, Senti! Okay, warte mal, ich lösche alles! Alter! Du beleidigst direkt hier! Hey! Ich will löschen! Löschen, löschen! Nein, das ist nicht! Bewerbung muss abgeschrieben werden! Okay, Freunde! Warte mal! Sandy, komm, wir probieren mal eine Sache! Ich will meinen Namen schreiben, okay? Warte! Ich glaube, es kommt im N-Buchstab, oder? T-A-M-I-N-E! Und... Alter, hat geklappt! Wiener, Seth, Neu, Jeff! Moin! Mein Kanal! Was redest du für eine Sprache? Alter, die Maus ist weg! Äh, ja, die liegt da unten! Warte, das... So, jetzt bin ich die Maus! Oh-oh! Ich stehe hier, ich bin die Maus! Ich bin runtergefallen! Hä? Beim Hamsterrad! Okay, Baby-Spawn! Okay, Baby-Haus-Tier können wir uns auch noch kaufen! Aber, Leute, ich würde sagen, komm, Sandy, lasst uns mal in den nächsten Raum gehen! Den haben wir hier voll erkundet! Ah! Was ist denn los? Guck mal, ich habe hier so Sticker! Hahaha! Ja! Hier habe ich einen schockierten Sticker! Oder hier! Jetzt bin ich traurig! Ich wollte doch Astronaut werden, oder? Wie, Tabi? Halt die Klappe! Halt die Klappe jetzt! Ja, okay! Komm, Sandy! Wir müssen uns mal ein bisschen weiter umgucken! Und, ähm, unser Ziel ist es eigentlich sogar noch, die Münzen einzusammeln, aber... Nö, so richtig Lust habe ich dazu nicht! Ich bin jetzt im Badezimmer und, Alter, warte mal, kann ich die Dusche anmachen? Stell dich mal unter die Dusche! Alter, die sind so winzig! Guck mal, wir können überall hin! Oh mein Gott! Sandy, stell dich mal da hin! Bob, geht es eh, dies Duschteil in! Ja! Wow! Was? Quatsch, schau mal Wasser runter! Äh, wir haben noch 50 Sekunden zum Dusch... Oh, Sandy, kann es sein, dass du untergehst? Nee, alles supi-dupi bei mir hier! Okay! Dusch gerne so! Alter, es ist Duschzeit! Wir müssen als Hamster natürlich frisch geduscht sein! Alter, können wir hier drinnen Fuß bespielen? Und, äh, ja... What you gonna do, what you gonna do? Du hast noch 30 Sekunden Zeit zum Singen! Also, du kannst alles dich schön entfalten, ja? Singst du nicht immer unter der Dusche gerne? Äh, Kakao! Herr Kakao! Herr Kakao, yeah! Das ist eine gute Idee! Guck mal, ich kommuniziere jetzt nur über Sticker, okay? Ich sage jetzt das ganze Video nichts mehr! Alter, was rastest du direkt aus? Okay, Duschzeit ist vorbei! Und dann werden wir uns mal ein bisschen weiter umgucken! So komme ich hier! Jetzt habe ich einen frischen Popo! Äh, okay, Cindy! So viele Informationen! Meine Zähne! Die müssen... Äh, alles klar! Schmeiß alles runter! Ich muss meine Zähne putzen! Ja, wir brauchen alles nicht mehr! Wir schmeißen ja alles runter! Und... Oh mein Gott! Ey! Weißt du was? Ja? Geh mal in die Toilette rein! Alles klar! Das klingt doch ein guter Plan eigentlich! Auf geht es in die Toilette! Äh, weee! Ja? Äh, weee! Äh, und... Einfach runtergespült! Okay, äh! Alter, das klappt hier! Ja, ja, ja! Ja, du bist eine Kugel und kommst nicht mehr raus! Alter, tu mal! Ich habe meinen einzigen Zahn einfach sauber gemacht! Ich habe einen Zahn, siehst du den? Ja, ich habe auch nur einen Zahn! Guck mal! Mit Stolz trage ich den! Ein Zahn! Aber ich würde sagen, Cindy, komm, wir gehen mal weiter! Wir müssen in den nächsten Raum! Ich schaue mich mal um! Was haben wir hier noch? Ähm, ähm, ja! Oh, Gemälde, ein kaputtes Gemälde vor allen Dingen! Und hier ist ja wirklich alles zerstört! Oh mein Gott, okay, ich habe einen Coin, Freunde! Wir können übrigens mit den Coins, können wir uns hier mal ein bisschen was erkaufen? Ey, warte mal, ich brauche ein paar Coins! Uah! Was macht der, Leute? Ich gucke gerade hier in den Coins und irgendwas höre ich hier nur schlabbern? Alter, hier liegt einfach ein Drink rum, Gönnung! Yo, Sandy, schau mich mal gleich an! Warte, okay, Hüte! Was können wir noch machen? So, das hier ausrüsten, Gesicht! Nicht? Äh, ich würde sagen, wir sind so der Coole! Bäm! Oh, yeah! So, warte mal! Okay, Mist, ich habe nicht mehr genug! Aber wo bist du? Ich weiß nicht! Oh! Schau mal! Schau mal, was ich anhabe! Uuuuh! Joa, eine Weihnachtsmütze mit Haaren! Nicht schlecht! Okay, können wir hier jetzt nach unten gehen oder so? Oder in den... Ja, ich gehe nach unten! Ich traue mich nach unten, die Termine, okay? Okay, bin schon unten! Warte, wir sind in den anderen Räumen! Äh, ja, ich bin in der Küche! Oh mein Gott! Warte mal, was? Wow, lecker! Ich habe hier leckere Hühnchen und so! Alter, aber wie ist ein XXL-Hamsterrad? Okay, okay, warte, ich komme direkt zu dir! Oh mein Gott, hier gibt es sogar Katzenfutter! Äh, wir haben hier eine Katze, Sandy! Äh, Leute, die Katze ist hier irgendwo der Nähe! Ich glaube, oder ich hoffe nicht, weil das hat uns ehrlich gesagt niemand gesehen. Hier ist schon was passiert! Äh, was ist denn das? Wow, ich bin... Oh oh! Oh, ich bin draußen! Bist du, Alter! Ich bin aus dem Haus rausgegangen! Ich komme! Ich weiß gar nicht, wohin ich muss! Warte, hier ist eine Tür! Hier ist eine Tür! Ah, hier, hier, hier! Moin! Komm her! Herr Reinspaziert! Ademann, Herr Reinspaziert! Ich bin's, der Türsteher! Hier kommt keiner durch! Jo, danke, Mann! Hey, bleib stehen! Okay, warte mal, hier hast du einen riesen Pämpel ins Klo gesteckt! Das ist mein Privatbadezimmer! Ich bitte Sie hier nichts anzufassen und nicht kaputt zu machen! Okay, 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 dann, ich gucke, ich gucke mich nur um, keine Sorge! Ja, ja, ja! Ich spüle mal ein bisschen für dich, weil der Haufen, der da noch drin lag, sowas sollte man wegspülen, Santi! Ja, ich spüle mal so nach zehnmal, das ist, äh, unwellenfreundlich! Ach so, okay, und bin ich eigentlich mit dieser Kugel schneller? Ja, ja, ojo, ojo, ojo! Ah, ein bisschen! Hier hast du auch deine Chips oder so vergessen? Naja, egal, die lass ich einfach mal hier! Drei Versteck hier, hier gönne ich mir immer so! Na, ein Xbox-Controller! Alter, ey, wenn das die mitbekommen, was wir hier so alles rumschieben, dann werden wir übelst Ärger bekommen, ne? Ja, okay, okay, ich würde sagen, Schachmatt! Äh, Schachmatt oder... So, guck mal, so, Schachmatt machen! Und zack! Äh, Santi, ich hab doch mal den Fernseher angemacht, ja? Hier, ich hab gleich dein Pferd mitgebracht, hier! Moin! Ciao! Hallo? Was kommt mir heute? Santi, du kannst doch nicht alles hier kaputt machen! Naja, egal, runter! Das ist mein Zimmer, das ist mein privates Bereich hier! Ja, okay, du hast recht! Hm, wo waren wir noch nicht? Oh mein Gott, da hinten ist ein Katzenbaum, siehst du den? Ja, weißt du, was da noch war? Was denn? War eine Maus, die da hängt! Äh, warte mal! Nicht, dass das mit uns auch noch passiert! Moin! Moin, hallo! Ist das ein Spielzeug oder ist das eine echte Maus? Das ist ein Spielzeug, Santi! Nee, 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 das glaubst du doch selber nicht! Nee, 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 ich glaube das wirklich nicht! Ähm, kommen wir hier irgendwie raus? Das ist Abstandkümmer! Jo, hier ist ein fettes Auto! Alter, warte, 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 ich komme sofort! Du kannst fahren? Wir müssen auch gleich... Oh mein Gott, was? Ich, 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 ich gebe voll Gas! Wir müssen auf jeden Fall gleich auch nochmal raus und... Oh mein Gott! Was, was können wir jetzt hier machen? Ich gebe mir erstmal eine Runde waschen! Äh, warum qualmt das? Fehlfunktion? Ich habe, äh, irgendwie ein Problem! Mach die waschen verschiedenen! Warte mal, nee, ich kann die leider nicht, ähm, anmachen, aber ich, ich kann hier übel viel... Guck mal, Santi! Wow! Guck mal nach oben! Jo, vielen Dank! Das ist ja mal Express-Versand oder wie? Tomate! Die Tomate kommt noch runter! Bitte! Hast du noch eine Banane oder so? Nee, leider nicht, aber ich habe hier so ein Item, was ich einsammeln kann! Alter, das ist ja riesengroß hier draußen! Boah, das ist überkrass! Ich weiß gar nicht, können wir mit dem Auto fahren? Äh, ich weiß nicht, hast du Hände? Nee! Alter, ich rolle runter! Äh, okay, mit, mit was rollen... Ah, warte, 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 ich komme gleich... Ich habe runtergerollt! Ich komme gleich zu dir... Ich komme hier hoch! Okay, aber ich muss sagen, hier ist nichts mehr irgendwie... Hä? Warte mal, ich kann hier den Strahler an- und ausschalten, okay... Aber leider können wir nichts weiter machen, wir können nirgendwo rein und... Mist, bin runtergefallen! Na, Freunde, was sagt ihr zum Hamsterleben? Wärt ihr lieber auch gerne einen Hamster? Ich meine, ich kann den Laptop auch nicht benutzen und hier fehlen auch alle Tasten schon! Wahrscheinlich hat die Sandy einfach rausgekloppt! Die sind in meinem Bauch drinnen... Achso... Du frisst... Ja, vor allem die Teetasse hat super lecker geschmeckt... Äh... Äh... Bist du draußen noch? Nö, ich bin hier oben beim Hammer! Keine Ahnung, was ich hier mache, hä? Aber ich fühle mich hier gerade wohl! Und... Hä? Freunde, hier ist eine Säge mit Blut! Okay, das ist zum Glück nur Farbe! Ich habe echt Angst gehabt, Sandy! Ich dachte schon, hier werden kleine Hamsters umgeschnetzelt! Äh, nee, 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 Vitamine, macht mir keine Angst! Aber ich bin draußen, du musst auch rauskommen! Okay, 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 ich komme auf jeden Fall raus! Und jetzt verstehe ich was! Man kann sich als Katze, glaube ich, tarnen! Oh, dafür braucht man 750 Robux! Ja, komm, gönn mal! Du bist doch eine Rich-Hamster! Ja, gleich! Aber erstmal möchte ich noch rausspielen! Wo bist du? Jo, ich... Ich chill hier im Pool mit... Ähm... Olaf! Wer ist denn jetzt Olaf? Olaf Tom Thorsten, der Dritte! Also manchmal frage ich mich, was Sandy in der Freizeit macht! Alter, glaubst du mir nicht? Komm raus, hier drüben! Ja, ich glaube dir, dass es Olaf ist, aber... Warum ist der traurig? Olaf Tom Thorsten, der Dritte, wenn ich bitten darf! Ja, Olaf Tom Thorsten... Er ist ein König! Oh mein Gott, weißt du was? Du musst das Wasser anschalten! Er will Wasser haben! Ja, dann würde ich sagen, können wir dem Schlauch folgen oder so? Ich würde sagen, wir folgen mal dem Schlauch! Nebenher probiere ich mich mal als Katz zu verwandeln! Aus dem Weg da! Aus dem Weg da! Oh, Alter, Junge, man wird immer schneller mit dem Ball! Oha, 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 oha! Alter, kannst du überhaupt mit dem Kohl rennen? Nee, nee, nee! Ich knall voll gegen den Zaun! Ey, ich, 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 okay, ich renne rüber jetzt gut! Schnell! Ey, weg da mit dir! Oh mein Gott, passt du hier durch? Ja! Nein! Oh, Sandy! So, einfach rüber und weiter geht's! Hä? Wo geht der Schlauch übrigens hin? Ah, da hinten, schau mal! Oh, es gibt einen Grill, es gibt ein Blumenfeld, Alter! Alter, es gibt übel viel, ne? Ja, aber ich hoffe keine Katze! So, warte mal, kann ich... Hä? Okay, Sandy, ich glaube, wir müssen reingehen! Ich kann das hier von nicht, von hier machen! Was? Gib mal Räuberleiter! Mach mal deinen Ball an! Ja, alles klar, alles klar, los, Räuberleiter! Okay, und Sandy, warte, warte, warte! Stehen bleiben und... Nee, ähm, wir haben da so ein Problem! Nee, ich glaube nicht! Ja, warte, um ja zu springen! Nee, nee, Sandy, oder kommst du hoch? Nee, aber Leute, ich wechsle mal zur Katze! Wow! Miau! Warte mal, Sandy! Miau! Miau, miau! Miau, 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 miau! Alter, guck mal, ich bin jetzt eine Katze, die einfach sitzen kann! Miau! Ich renne weg, ich renne weg, hier ist eine Katze! Miau! Hä, ich bin doch voll eine entspannte Katze! Ich tue nichts! Warte mal, eine entspannte Katze? Warte mal, kann ich auch hier hoch? Du bist so schnell! Ja, ich kann ein bisschen sprinten, aber keine Sorge, ich werde dir auf jeden Fall nichts tun! Komm, lass uns mal ein bisschen umschauen! Ich bin, wir sind ein Hamster und eine Katze, wir sind eigentlich Freunde! Ich bin geschützt, ich bleib mal im Ball, für mein Leben lang! Nee, brauchst du nicht, Mann! Doch, doch, ich komme hier nicht mehr raus! Was haben wir hier noch? Wir haben jetzt hier nochmal so ein Item, was wir einsammeln können! Ja, egal, bringt uns jetzt auch nicht viel! Aber, die Garage ist echt cool! Leute, oh! Ich hab den bei den Rasenmäher angemacht, ja? Warte mal, wie, was? Man konnte einfach den Rasenmäher anmachen! Ja, ohne Comic! Keinen Schritt zu nah, oder ich rufe die Hamster-Polizei! Warte mal, geh mal raus, ist der cool? Nee, nee, nee! Ja, komm hier! Warte mal, was können wir noch machen? Was gibt's hier noch? Ich muss mal gucken, okay, hier ist einfach nur ein Flowerbeet! Interessiert mich jetzt eher nicht so! Weißt du, was du nicht machen kannst als Katze? Was denn? Folg mir mal, folg mir mal! Ich hab da drüben schon was gesehen! Oh nein, safe meinst du unter diesen Garten-Ding da durch, ne? Ja... Oh, nee, warte mal! Hey, da ist noch ein Hamster! Den hol ich mir! Oh mein Gott, der geht direkt in seinen Ball! Ich hab Hunger auf Hamster! Let's go! Kann ich ihn nehmen? Nö, Mensch! Ich kann absolut gar nichts mit euch machen! Hörst du, Loser? Du bist die schosseligste Katze der ganzen Welt! Du kriegst nie einen Hamster! Na, warte! Dich werd ich mir gleich holen! Komm doch! Aber, Santi, warte mal! Ich bin hier gerade hinten! Ich hol mir einen Hotdog erstmal! Einen Hotdog? Hotdog! Okay! Einen heißen Hund! Oh mein Gott, warte mal! Hier kann man echt Hotdogs kaufen! Hier ist einmal das Damenklo! Für Damen natürlich! Aber ich komm da nicht rein! Man kann auch nicht reingehen! Und wir haben hier das Herren- oder die Herren-Toilette! Aber ich würde ja lieber sagen... Wow, was? Hier ist sogar ein Skatepark? Ja, es gibt hier alles! Alter, hier gibt es echt alles! Ich komm aber jetzt zu dir! Keine Ahnung, du hast gesagt, ich werde auf jeden Fall eine doofe Katze bleiben! Ja, ja, ja! Und das nimmst du zurück, ja? Niemals! Kann das sein, dass du mit irgendwas fährst? Äh, wo bist du? Weil ich das höre! Ich komm angerannt! Du hast einfach ein Spielzeugauto! Was für ein Spielzeugauto? Das ist ein echtes Auto! Ich hab einen Führerschein gemacht dafür! Einen Hamster-Führerschein oder was? Ja, ja, ja! Mit 5,000-Cruise hier! Alter! Prima, warum? Ich mein's doch nicht so! Ich hol dich ein! Ich mein's doch nicht so! Und... Bäm! Achtung! Guck, Gubi! Oh! Ja, toll! Du hast ein Hamster-Auto und du kannst nicht mal den Hamster-Führerschein! Äh, was soll das denn heißen? Ich krieg nicht! Du bist langsamer als ich! Wollen wir in die Bar ein bisschen gehen? Ja, lass uns mal in der Bar shoppen gehen! Ich denke immer, das ist das Letzte, was wir noch erkunden müssen! Kommst du? Ja, irgendwie bin ich ein bisschen... Hallo? Aus dem Weg hier! Ja, ist ja in Ordnung! Dann lege ich mich halt nur in den Weg! Ja, das kann doch nicht sein! Tschüss! Ciao, ciao! Okay, was gibt's in der Bar? Kau, kau, kau! Was gibt's Schönes in der Bar? Ja, Cocktails! Okay, und da drüben ist die Mega-Washers! Da müssen wir auch noch hin! Jetzt geht die Party ab, ey! Okay, ich bin mal gespannt, ob wirklich die Party abgeht! Weil noch höre ich keine Party-Musik! Ja, die kommen noch! So, jetzt sind die zwei Bosse hier im Haus! Yo, was ist denn hier hinter der Theke passiert? Irgendjemand hat das ganze Geschirr runtergeschmissen! Oh mein Gott! Können wir da hoch? Kannst du da hoch? Nö! Hey, doch! Na klar! Oh mein Gott! Warte mal! Hier, Pauli! Senti und... Yo! Man kann aber einfach wirklich mit den Kugeln spielen und einlochen! Hä? Was? Was machst du? Ja, ich habe aus Versehen eine Kugel runtergeschmissen! Kau mal, was ich jetzt mache! Warte! Ich spiele jetzt... Warte! Ja, ja, ja! Ich spiele Bowling mit dem Hamsterball! Ach, die fallen alle unten raus! Ja, du bist echt... Du bist echt ein Bilderprofi! Äh? Und... Wie spielst du denn? Ja, ich... Ich loch ein und... Ey, das tut mir natürlich leid, dass die alle rausfliegen! Ja, okay! Wir sind seit 5 Minuten... Ey, hier ist die schwarze Kugel! Moin! Moin! Warte mal, können wir auch Bowling spielen? Ja, natürlich! Guck mal! Ich spiele jetzt Bowling! Oh mein Gott! Warte mal, ich habe eine Idee! Genau! Oh mein Gott! Ob geht es? Das ist dein Strike! Din, 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 din! Bam! Okay! Ich bin wieder da! Zeig mal den Strike! Oh yeah! Jetzt komme ich! Ob geht es? Äh, Senti, bist du dir sicher? Volle Wucht nach Folie! Und mach dir einen Strike! Ähm... Alter, das waren nur 6! Na, warte, einen Moment! Ey! Einen Moment! Da geht noch was! Ja, komm schon! Ja! Ja, 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 ja! Einen Moment! So! Okay, Freunde, ich mache es besser und werde Senti zeigen! Und Strike! So, 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 warte, 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 warte! Ich, ich komme mit voll Karacho rein und... Oh, ich sehe es! Bam! Strike! Nee, 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 nee! Hä? Klar, Mann! Ich habe nichts gesehen! Du hast gesagt, du hast es gesehen! Ich werde dich jetzt schreiten! Komm her, Bauchklatsch! Ey! Ich habe dich umgeklatscht! Okay, komm, Senti, lass uns auf jeden Fall nochmal ganz kurz rüber in die Wäscherei gehen und dann würde ich sagen, reicht es aber auch für heute mit einem Hamster sein! Ich muss mich eben schon mal waschen, ey! Warte mal, stinkst du? Ja, wir haben erst vor zehn Minuten geduscht das letzte Mal! Achso, stimmt! Der Mega-Washer! Mal sehen, was der für uns bereithält! So, hier drüben ist nämlich die Waschkammer und, ähm, soll ich dich einfach... Alter, ich habe eine Idee! Leute, wir stecken Senti einfach mit in die Waschmaschine rein! Ja, das hört sich gut an! Warte mal! Wischi, 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 wischi! Wischi, wischi, wischi! Okay, ich gehe oben lang! Alter, ich kann die wirklich anmachen! Geh mal rein! Oh mein Gott! Ey, wenn das... Ich komme gar nicht! Ah doch! Alles klar, ich bin drin! Bist du wirklich drin? Ja, siehst du mich? Okay, so, warte mal, starten, Tür steuern, schließen! Oh, 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 jetzt wieder hoch! Siehst du mich? Jo, ich sehe dich! Alles klar, sicher, dass es eine gute Idee ist? Ich vertraue dir, okay? Jetzt bist du einmal drin, jetzt gibt es kein Zurück mehr! Alles klar, was soll schon passieren? Was? Einfach ein Hamster in der Waschmaschine! Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist... Dandy? Oh, ja, alles... Oh, 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 oh... Ich... Ähm... Jo, es tut mir leid! Hilfe, stoppt das Ding! So, Leute, jetzt können wir uns weiter umgucken! Und in der Zeit, wo das Handy gewaschen wird... ...wissen wir uns natürlich um irgendwas kümmern, weil uns echt langweilig wird! Und deswegen würde ich sagen, kaufen wir uns mal zwei... Ähm... Was holen wir uns? Ne, warte mal, ich doch zwei B einmal! Ein Tabi, du! Jetzt ist aber mal gut, du wirst gewaschen! Hilfe! So, was holen wir uns noch? Eins, äh, A... So, und nochmal 3A an Energy habe ich auch noch Bock, Freunde! So, danke... Oh! Danke, mein Opa, dass ich ihn liebe! Oh! Du bist fertig! Na, was geht ab? Okay, als Belohnung... Als Belohnung darfst du dir was aussuchen, Santi! Belohnung für was? Dass ich hier fast erledigt wurde? Warte mal, was ist, wenn ich ganz vieles bohde? Äh, schmeiß mal ganz viel Cola raus! Äh, ja? Mach mal ein bisschen mehr Essen runter! Alles klar, ein bisschen Essen! Kommt sofort! Oh, die ist klar! Let's go, Alter! Das fällt jetzt nach und nach hier raus, Freunde! Oh mein Gott! Dann geben wir uns noch ein paar Snacks! 1B haben wir noch am Start! 1C! Hä? Jo! Warte mal, komm ich hoch? Die sind schon leer! B, die sind leer! Ja, die oberen sind schon... Achtung! Ey! Bisschen Cheddar-Käse! Senti, ich bin hier im Automaten drin, falls du es nicht checkst! Jo! Wie bist du da reingekommen? Oh, keine Ahnung! Mach mal 2C! Ja, ja, ja! Wollte ich gerade machen! Ach du! Mach mal 2C! Ja, mach ich! Ich hab den Automaten kaputt! Oh, oh, oh! Alter, Jo, Junge! Jo, Jo! Ah! Okay! Oh, frischer Hamster kommt noch! Alter, was ist denn hier passiert? Ja, du hast so viel bestellt! Aber, Senti, wie fandest du es als Hamster? Mega cool! Oh yeah, Freunde! Und damit würde ich sagen, soll es doch für heute erstmal reichen! Denn mehr als ein Senti-Hamster und ein Vitamine-Hamster müssen wir heute nicht sein! Und jetzt fliegen wir ab in den Weltraum! Richtig! Wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne nochmal ein Hamster-Video sehen wollt oder ein anderes Tier, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da! Vergesst nicht, kostenlos abonnieren! Schaut unbedingt bei Senti noch vorbei! Und dann sehen wir uns morgen beim neuen, neuen, neuen Video! Bis dahin! Tschüss! Tschüss! Tschüss!